Ha! Ha! Ich kann das nicht. Ähm... Hi! Manchen ist vielleicht dieses Gesicht bekannt, aber sie war noch nie auf meinem Kanal. Weil... das kleine Mädel hier... klein... neun Stunden entfernt wohnt. Ja genau, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir haben es irgendwie geschafft, nach drei Jahren. Wissen die Leute überhaupt, wie wir uns kennen gelernt haben? Nein, das kann ich sehr gerne sagen. Ne, das musst du erzählen. Achso, ich habe angeschrieben von einer Abonnentin von ihr. Von dir? Achso, ich dachte von dir. Ne, ne, von dir. Aber die war auch Abonnent von mir. Das würde uns ja ähnlich sehen. Und dann habe ich sie angeschrieben. Das ist schön. Oh, Wahnsinn. Ja, das ist gerade mit meiner neuen HV bin ich ganz so. Ähm... Ja, und wir haben ja schon öfter mal kollaboriert und so. Deswegen wollten wir jetzt, äh... Mal ein Video direkt natürlich zusammen machen, wenn wir mal die Möglichkeit dazu haben. Mhm. Und ich werde heute versuchen... Es gibt ja diesen Videotrend, dieses, ähm... Ich verwandle meine Freundin in mich oder meine Schwester oder was auch immer. Und ich werde es heute mit ihr versuchen. Und wenn es nicht klappt, dann hat sie halt einfach ein Makeover gekriegt. Dann nenne ich das Video einfach anders. Aber sie wird heute von mir geschminkt. Das wollte sie eh schon öfter mal. Ja, sehr gerne. Und, ähm... Ach, warst du unbequem? Nein, nein. Passt damit drauf. Passt nicht auf den selben Stuhl. Ähm... Genau. Also, dann fangen wir mal an. Und ihr seht das Endergebnis dieses schönen Mädchens dann zum Schluss. Tschö. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.